Schauen wir auf die Prognose für die hampfende Stadt. Die SPD, sie kommt auf 38 Prozent, also unter 40 gefallen. Die CDU, sie liegt bei nur noch 11 Prozent. Die Grünen, sie fahren 25,5 Prozent ein. Die Linkspartei, 9,5 nach der Prognose. Jetzt schauen wir auf die FDP. Ist sie drin, ist sie draußen? Nach der Prognose 5 Prozent, also ganz genau auf der 5-Prozent-Hürde. Jetzt wird es auch interessant, was die AfD angeht. Sie hat nach der Prognose 4,8 Prozent. Also, die AfD ist damit aus der Hamburger Bürgerschaft raus nach der Prognose. Sie ist ja 2015 in das erste westdeutsche Parlament damals gewählt worden. Und die sonstigen Parteien, die kommen zusammen auf 6,2 Prozent. Allerdings, sie spielen keine Rolle, eine Partei, die in die Nähe der 5-Prozent-Hürde kommt. Was heißt das jetzt in Gewinnen und Verlusten? Bei der SPD, ja, 7,6 Prozent haben die Sozialdemokraten verloren. Aber man muss auch sagen, weniger als erwartet. Also nicht zweistellig wie bei den anderen Landtagswahlen, die wir in den vergangenen Jahren gesehen haben. Die CDU auch, minus 4,9 Prozent, also deutliche Verluste. Der größte Balken, ganz eindeutig, bei den Grünen plus 13,2 Prozent. Die Linkspartei legt 1 Prozent zu. Die FDP, ja gerade auf der 5-Prozent-Hürde, sie hat 2,4 Prozent verloren. Und dann haben wir die AfD, die in Hamburg nach der Prognose 1,3 Prozent verloren hat. Die Sonstigen haben 2 Prozent zugelegt. Was bedeutet das jetzt also für die kommenden fünf Jahre in der Hamburger Bürgerschaft? Wird also Rot-Grün fortsetzen können? Das sieht ja danach aus, nach den Zahlen, die wir haben. 61 Sitze für eine Mehrheit sind notwendig. Die SPD kommt nach der Prognose auf 51. Zusammen mit den Grünen sind das 35 Sitze. Macht also insgesamt 86 Sitze in der kommenden Hamburger Bürgerschaft. Das heißt, also Rot-Grün kann auf jeden Fall weitermachen. Und das Interessante ist dabei, bei diesen 86 Sitzen, die sie nach der Prognose haben, das wäre tatsächlich für das einzige rot-grüne Bündnis auf Landesebene in der Bundesrepublik Deutschland eine Zweidrittelmehrheit. Und auch das hat es noch nie gegeben. Das bedeutet, die könnten also die Landesverfassung jetzt ändern und könnten alles durchbringen, was sie wollen.